Hi Leute und willkommen zurück zu Hyrule Warriors, Zeit der Verheerung. Wir möchten links ein Schwert erstmal wieder verstärken. Was ist das Schwert? Und... Oh, was wollen wir denn da rein? Eigentlich müsste ich auch mal die anderen Sachen hier loswerden, ne? Wir haben zu Lanzen... Warte mal, ich kann doch nur Lanzen zu Lanzen reinballern, oder? 23... Was ist die stärkste Waffe, die wir an Lanzen haben? 20... 23... Auch wenn sie ein bisschen hässlich ist, ist egal. Dann nehmen wir die doch einfach. Ob ich damit lieber kämpfen würde, ne? Ah, das ist halt die Sache. Das Ding ist eigentlich schon besser. Hm. Na komm, haben wir was anderes. Da können wir doch auch alles reinhauen. Okay, dann ist das egal. Dann nehmen wir hier, zack, zack. Warum ist das jetzt gelb da? Ach, fängt ein Stufenausstieg, oder was? Einmal... So, und jetzt? Ne. Es gäbe gewonnen, obwohl noch kein Stufenausstieg da ist. Der wäre jetzt. Okay. Ähm... Warte mal, 27... Warte mal, 27? Ah... Ne, komm. Ist egal. Nein, nicht das Ding. Mit dem den... Hauen die da trotzdem rein. Aber wir wissen wenigstens, dass wir noch besser als überm... So, 1.000 von Fondaten machen wir. So, noch ein bisschen stärker geworden. Den... 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 Den möchte ich behalten. Den möchte ich behalten. Ne, 31. 31 für ein Schwert? Wow! Was sind denn das für Schwerte und Waffen, die ich hier gerade kriege? Geil! Na, und das? 27 als... Das lassen wir. Zweihand... Und mit das nochmal mit. Mhm. Boah, das Ding zu leveln wird echt noch hart. Also auf Maximum zu kriegen. So. Da sollen wir hin. Mit Mifa sollen wir das machen. Ja, sollte machbar sein. Aufbrechen. Dann hätten wir ihre Waffe auch nochmal verstärken sollen. Ein bisschen Geld hatten wir ja noch. Egal. So. Erschaffe in einem starken Angriff eine Wasserfontäne und drücke dann ZR, um herauszuspringen und anzugreifen. Genau, das kennen wir. Bomb-Modul. Du kannst eine Schwachpunktanzeige mit Hilfe einer Explosion etwas dezimieren. Du kannst eine Schwachpunktanzeige mit Hilfe einer Explosion. Achso, ja. Gut. Einfrey, die Angriffe bei denen in Eis verwendet wird, können Gegner, die sich im Wasser befinden, einfreyen. Wissen wir. Du kannst die Waffen, die du auf dem Schlachtfeld gesammelt hast, in der Hylia-Schmiedegilde verstellen. Sind wir bei. Nein. Keine Zeit. Oh, sauber. Oh, nice. Oh, cool. Jetzt können wir auch diesen Move. Prinzessin. Ansonsten hat er hierbei aufgehört. Also bei dem. Bei dem. Das macht sie noch gut bei den Angriff hinterher. Cool, du Sache. So. Zack. Boom. Was ist denn? Warte, tot? Die werden bestimmt tot sein. So. Oh. Ich habe mich getroffen. Okay. Ah, scheiße. Geht er doch auf Zeit. Okay. So. Eigentlich noch mal. Oh. 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 Oh, mann, oh mann. Ja. A quick hast du dich da. Die Kriegerin hat besiegt. So, jetzt kommen wir nicht weiter. Falsche Richtung weiter. Die Karte bezieht mich gleich noch ein bisschen. So, zwei Minuten. Ja, klar habe ich gar keine Zeit. Die Hälfte der Zeit ist abgelaufen. Ich habe noch gar nichts gemacht. Wow. So lange ist es auch doof mit dem Brechen. Der irgendwie nicht so geil ist. Ich bin jetzt der einzige, der richtig gut ist. So. So, wie gibt es jetzt ein Ziel auf? Guck mal hin. Soll nur dann kommen. Es ist mir egal. Ja, mach was wir wollen. Ich habe nicht so viel Zeit mit euch zu spüren. Upsa. Keine Zeit. Wow, wie wenig Zeit man hat sich hier durchzuprügeln. So, geschafft. Hallo? Ich muss es tun. Sei mal ruhig hier, ja? Alle drei. Ich darf nicht verlieren. Ich muss es tun. So. Jetzt müssen wir nochmal. Ich darf nicht verlieren. So. Keine Ahnung. Das war jetzt einfach das Finale. So. Hui. Dass man wirklich fast nur durchlaufen muss und dann zwei Bosse macht dabei. Finde ich ein bisschen blöd. Weil so kommt man gar nicht dazu alles möglich kaputt zu machen. Was auf dem Weg liegt. Weil mit Links Lanze das ginge. Kann man ja mit ZR richtig zuspammen. Aber sonst weiß ich nicht. Bisschen wenig Zeit. Aber jetzt war es von die Finale gerade ganz witzig. Zweimal die A-Fähigkeit benutzt und weg waren sie. Wenn ich gesehen habe, dass sie halb down waren, musste ich das einfach ausprobieren. So. Auch das haben wir geschafft. So. Hier brauchen wir noch Geflügel. Da kriegen wir Geflügel. Also eigentlich können wir das machen und dann kriegen wir das ja automatisch geschenkt. Hoppa. Das ist die Hauptmission. Hier ist nichts. Hier ist noch was. Äh. Wieder mit Miefer. Können wir theoretisch machen. Kein Zeitlimit. Oder was. Steht da jedenfalls jetzt rechts nicht. Dann machen wir es nochmal. Okay. Jetzt hätte ich auch nochmal die Waffe verbessern können. Egal. Wenn es nicht auf Zeit geht. Alles super. Mit leerem Bauch. Dann hätte ich lieber selbst sein. Wie wäre das? Das wäre viel wichtiger. Die Verbündeten. Was habe ich denn davon? Erstmal haben die genug Leben und ich bin der Einzige der mich drauf haut. Angriff. Keine Zeit. Perfekt. Hier gibt es zum Ziel. Ich will nicht. Was? Geil Angriff. Nein, 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 nein. Uh. Uhhhhhh... Ja, der Weg ist frei. So. Noch mehr. So. Wie geht es jetzt zum Ziel? Ich muss ihm eigentlich mal hinterher laufen. Wo ist er denn? Da ist er weggelaufen. Ah, er hält sich auch an jedem auf. So, zufrieden? Boah, nicht zufrieden. So, hier leh ich auch noch mit. Falls du ihn nochmal wieder umdrehen willst. Glaube ich gar nicht. Das ist zu langsam. So. Fuck. Ah, schade. Ah, komm schon. Ja. Da hat's hier recht. Krass und ausgedeckt. So, was mit dir, Jungchen? Jetzt halt ich meinen Rücken. Hehehe, krass sein. So und weg. Wir waren siegreich! Ja! Ich verschickte alle! So, da auch noch. Wir waren siegreich! So, jetzt könnt ihr uns halt einen Hinox, oder? Hinox? Hast du so viel Platz? Nicht? Schade. Was hat das denn gerade? Seht ihr das? Achso. Das ist die Markierung für ihn. Das ist gerade auf der Karte. Oh, da ist der Hinox. Au. Schade. Kann ich sehen. So. So. Oh, ganz knapp nicht. Schade. So. Und der nächste Wasser wird blühen. Ah man, der Gekken, wie gefällt dir das? Ist dir gar nicht mehr. Toll. Wow. Komm, komm. Toll. So ein Blipper. Oh, perfekt. Habe ich Heilung gekriegt? War nicht ganz ehrlich geil. Hahahaha. Das sieht schon witzig aus. Und weg ist er. Geht's noch weiter? So. 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 Okay. Der große Krieger. Und die kleine Helferin. Die einfach alles alleine gemacht hat. So. Noch ein Buch. Oh, 14 sogar. Und Hinox ist sogar neu. Okay. Ich dachte, sowas hätten wir bestimmt schon mal gekriegt. mal los. Woher? So. Oh. Also geht's. Dann schaue ich noch mal hin. Voll übertrieben. So, mit Link. Kriegen wir hin. Und starten. Das ist bestimmt wieder eine Zeitmission. Aber ich kann die ohne Zeit viel besser finden, aber da kann ich mich ein bisschen um alles andere auch kümmern. Man muss nicht die ganze Zeit auf die Zeit achten und weiß nicht, ob da noch ein Boss kommt. Schickerstein. Die Kraft des Schickersteins wurde durch den Einfluss vielleicht was aus der Zukunft verstärkt. Ich glaube, mittlerweile wiederholt sich nur alles, oder? Irgendwie kommt nichts Neues. So. Weiß ich Mitglied an? Wobei ich das hier eigentlich gaun bis gar nicht brauche. Also irgendwie zum Switchen zwischen den Charakteren. Dafür war es bisher gut, aber so wirklich gehen wir da und da hin, hat sich kaum gewohnt. Geschirc ist halt auf den Weg. Keine Zeitmission? Geil. So. Wow. Für einen noch ein bisschen Hungerzahn. So, hier weg. Hier ist der da drinnen dran. Dank. Ah, du blöd Mann. Ich wusste, dass du mich treffen musst. Oh mein Gott. Hallo. Was ist mit der Kamera nicht in Ordnung? Ja, genau. Ich gehe runter. Damit ich verprügeln kann. So, weg. Mein Gott hat er genervt. Sonst die Kamera hat er durchgedreht. So, verfolgen wir sie mal. Das ist auch geil. Wir haben die gleichen Klamottenfarbe und die gleichen... Nein, ich kann es hier gleich haferen, aber wenig. Noch nie. Au. Okay, klar. So, ich habe eine schmale Spur. Von dem Kumpel ist er schon weg. Ah, Mist. Falsch, ich habe zugrunde. Nein, ich habe mich heilig. Warte. Ich habe mich heilig. Äh, ich habe ihn mit dem Kumpel. Ich habe ihn mit dem Kumpel. Ich habe sie mit dem Kumpel. Es war, wie es sich heilig ist. Oh, ich habe ihn mit dem Kumpel. Oh, er ist auch wieder am Start. Ne, lass ihn. Ist ja gut. Von wegen. Ach, lass mich in Ruhe. Ich wollte gerade auch deinen Kumpel einwäschen. Lass mich auch nicht auf die Hände wäschen. Kann ich mal hier ausweichen. Jetzt reicht es mir aber hier. So, beide. Noch nicht. So, du bist ein Traum weg. Boah, wie fühlt man sich jetzt alleine? Boah, dann kann es noch nicht gereicht. So, super. Oh nein. So, nur ein Stückchen abziehen. Oder sogar direkt vernichten. Meister ist nett. So, was erwartet uns hier oben? Steinchen? Ähm, okay. Wir sind zum Fluss gegangen. Zum Teich. Das ist wirklich nur ein kleiner Teich. Was sollen wir hier? Und das ist ein Zelda-Sitter. Toll. Sollen sie einfach nur verteidigen. So. Aber mittlerweile kriegen wir echt gute Gegenstände. Es lohnt sich glaube ich am meisten wirklich erstmal das Schwert fertig zu machen. Das Master Schwert. Weil von den anderen kriegen wir irgendwie die ganze Zeit immer noch bessere Items. Also als Grundwert und sowas. Wenn wir das verstärken, lohnt sich das dann später mehr. So. Dahin. Alles klar. Machen wir. Ähm. Aber. Doch. Erst beim nächsten Mal. Wir sind echt gut vorangekommen, muss ich sagen. Läuft. Läuft richtig gut bei uns. So. Müssen wir das nochmal machen. Ah, warte. Hier unten. Ist ja noch eine Mission, ne? Vielleicht mal auch die als erstes. Dann kann ich das hier gleich mitnehmen. Wie viel brauche ich noch? 10. Ich kenne mich. 10. Perfekt. Dann machen wir das als nächstes. Und ja. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.